Und herzlich willkommen zurück, euer Rubbelkaiser ist wieder am Stern zum Rubbligen-Sandtag und heute haben wir wieder was Großes vor uns und zwar zwei Adventskalender in Riesen-XXL da werden wir uns wieder halb tot suchen und natürlich zwei Megacash schon zweimal die super 25 fetten Jahre also heute ist mal wieder Rubbelspaß ohne Ende und ich würde sagen wir machen mal das gut aufgeteilt ja, machen wir das gut aufgeteilt, fangen wir mit den super 25 fetten Jahren an hier suchen wir dreimal den gleichen Betrag oder halt dreimal das gleiche Symbol im Bonusspiel fangen wir mit Spiel Nummer 1 an, finden die 15, die 5, 25, die 5.025 Jahre 5.500, noch nichts doppelt Leute, noch nichts doppelt die 50, die 10, 5.000 für 25 Jahre Spiel Nummer 1, leider nichts, Boot, Sonne, Boot, Bonusspiel leider auch nichts Spiel Nummer 2, unsere letzte Chance in diesen Los können wir erstmal die Losnummer aufrufen, vielleicht berauben sie ja die 5, 5.000, 15, 10, 5.000 für 25 Jahre 15, 5.000 für 25 Jahre die 15.000 und die 5 leider eine Miete, 2x15, 2x5, 2x5.000 für 25 Jahre so viel zu erzielen Leute so, nun dann, zum Megacash wir haben hier sogar 3, ok, haben hier sogar 3 Spiele ich bin Witzbold Leute, ich bin echt ein Witzbold 3 Spiele, habt mir vorher auch so, 5, 15, 25, 5, 5, 5, uh, 5 Euro in diesem Rumpelsantik sind schon mal safe Leute man kann ja keinen Doppelhit machen das ist echt schade eigentlich ich stelle dir mal vor, hier wäre 3x25 noch schade, schade Zahlen wären ja genug Spiel Nummer 2, werden wir einen weiteren Hint 5 1000 5, oh 1000 100 10.000 5 Uh Leute 10 Euro mit diesem Los haben wir das letzte Los schon mal wieder reingespielt das ist schön 10 Euro mit dem Megacash und jetzt noch im Bonusspiel Münzen würden 5 Euro geben Münzen Münze Oh yeah Rüppelkaiser ist mal happy as fuck 15 Euro mit dem Megacash was will man mehr Leute was will man mehr 15 Euro sind 43.000 mal vertreten in einer Losjahre von einer Million also nicht unbedingt der beste Hit aber 15 Euro beschweren kann man sich da wenig so die super 25 fetten Jahre gucken ob man jetzt einen Hit raus bekommt ah ne 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 das ist noch zu früh nein ne 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 nicht 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 wir müssen erst einen fetten Kalender stürzen fangen mit den Massenruppelerei an finden 2 Centers ich glaube davon braucht man 9 Stück oder so 3 Centers 4 Centers Pakete haben wir auch 2 5 Centers 5 Centers noch gar nicht fertig geruppelt Sternflocke 6 Centers Paket 7 Centers was ist los mit den Centers Stern Paket Baum Sternflocke Paket ok 4-5 mal Pakete ich weiß gar nicht wie viele Centers wir hatten 7 oder so Baum Sternflocke Paket ok wir sind auf der Suche nach irgendetwas noch ein Center ein Schneemann und eine Schneeflocke aha jetzt zählen wir erstmal die Centers runter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 das sind einfach mal 7 Centers da oben ok 8 Centers sind aber glaube ich zu wenig wir brauchen 9 Centers brauchen wir 9 ja ok äh Sternflocke 1, 2, 3, 4, 5 Sternflocke das könnte was sein 5 Sternflocke sind 7 Euro Leute Lospreis raus 7 5 Sternflocke Lospreis haben wir auf jeden Fall raus mit den 5 Sternflocke 1, 2, 3, 4, 5 Sternflöcklein schön Pakete haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 das ist zu wenig Bäume haben wir 2 ist auch zu wenig und Schneemänner auch nur 2 ist auch zu wenig so Bonusspiel haben wir auch noch 7 Euro Geldschein Sack Sack zu wenig Sack Sack Geldschein bringt uns leider auch nichts und letztes Bonusspiel Sack hm zweimal den Geldschein aber 7 Euro einmal den Lospreis dieses wunderschönen Adventskalenders wieder raus ja damit müssen wir was müssen wir denn naja wir sind noch nicht wir sind noch nicht im Plus Leute wir sind noch nicht im Plus wir müssen noch ein bisschen rubbeln so Super 25 fette Jahre unser letztes Super 25 fette Jahre los in diesem rubeligen Sonntag puh Leute so hype waren los noch nie 10 500 50 5000 für 25 Jahre 5000 für 25 Jahre 5000 15.000 10 15 leider kein Hit im Spiel Nummer 1 Bonusspiel Boot Sonne Sonne bringt uns leider gar nichts letztes Spiel dieses wunderschönen Losers 10 10 10 zweimal die 10 Leute 5000 15.000 15 50 500 puh 15 ok das Los ist doch nicht so schön es ist eine Niete so Megacash wir sind gespannt mal was rausrubbeln werden in diesem wunderschönen Spiel 100 150.000 100 10.000 15 10 150.000 15 25 im Spiel Nummer 1 leider kein Hit zweimal 150.000 zweimal die 15 und das war es auch schon Spiel Nummer 2 10.000 25 15 5 150.000 10.000 zweimal 10.000 ok 100 1000 10 leider nichts eine weitere Niete hm ok Megabonus wir suchen dreimal die gleichen Barren finden aber drei verschiedene Symbole bringt uns nichts ist eine Niete schade dass die 25 fetten Jahre nicht gehittert haben es liegt alles am Center unseren Adventskalender sind gespannt ob wir was herausrubbeln werden wir fangen mit der 21 an fangen mit einer Glocke an gehen mit einer Glocke weiter einen Baum einer Zuckerstange einer Kerze einer Glocke wir haben auf jeden Fall schon mit drei Glocken drei Euro gewonnen ich glaube mehrere Hits sind möglich das wären aber in dem Fall drei Euro was haben wir denn zehn entweder müssen wir jetzt Sternflocken suchen oder Zuckerstangen bin mal gespannt eine Zuckerstange haben wir schon gibt es ja eigentlich Zwischengewinne noch nein Sternflocken oder Zuckerstangen wir sind auf der Suche Leute Sternflocken Kerzen Kerze Center Kerze 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 Geschenke Geschenke sind viel zu wenig wir haben erst vier und davon ich glaube Geschenk war Hauptgewinn machen wir so zwölf Stück oder so Center der wird nicht mehr Bau Center Geschenk Sternflocken Center okay können wir irgendwas noch rausrubeln ich weiß es nicht mal gucken erstmal dreimal die Glocke auf jeden Fall drei Euro save Kerzen haben eins zwei drei vier fünf well eins zwei drei vier fünf sechs sechs Kerzen wie viele Kerzen braucht man denn überhaupt acht Kerzen wären hundert Euro ja ich sag's mal so wird nichts dafür braucht man sieben Kerzen wir haben erst eins zwei drei vier fünf sechs Kerzen die siebte kann sie nicht herunterverbirgen eins zwei drei vier vier Center sind auch zu wenig Pakete eins zwei drei vier fünf viel zu wenig Sternflocken eins zwei sind auch zu wenig Zuckerstangen ist überhaupt nur eine okay 24 kann ich jetzt sagen ist eine Niete auch wenn wir da jetzt noch eine Kerze rausrubbeln bringt uns leider nichts Bonusspiele aber jetzt könnte man tausend Euro rausrubbeln wir sind gespannt ob wir das schaffen werden brauchen wir dreimal den Sack filmen aber hier zweimal den Geldschein und einmal den Sack einmal den Sack zweimal den Sack Geldschein okay Bonusspiele unsere letztes Chance Spiel Nummer eins Sack Geldschein Sack nein sind nur drei Euro in diesem Los damit haben wir drei zehn 15 sind 25 Euro bei einem Einsatz von 34 okay wir haben so ein paar Euro einen Minus aber ist gar nicht so schlecht muss ich sagen für diesen rubbeligen Sonntag also für Rubbelsonntagsverhältnisse sehr gut Leute bis zum nächsten Mal nicht vergessen liken teilen abonnieren euer rubbelkaisersrausen Sack tü 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 Vielen Dank.